Bist du entspannt oder aufgeregt vor deiner ersten WM? Entspannt. Bis jetzt ist noch alles ganz locker. Lieber einen Startplatz für die Heim-WM in Düsseldorf oder für die Olympischen Spiele in Tokio? Lieber für die Olympischen Spiele in Tokio. Olympia ist dann doch nochmal eine Nummer größer. Lieber ein Date mit Helene Fischer oder mit Lena Gerke? Mit beiden. Das ist eine schwierige Frage. Lena Gerke.